Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar geht es mal wieder ums Inpainting. Ich glaube, Inpainting ist eine ganz interessante Geschichte und interessiert euch auch sehr. Wir hatten letztens im Discord eine Diskussion über verschiedene Varianten und da habe ich ein bisschen was gelernt. Das möchte ich jetzt direkt an euch weitergeben. Auch vielen lieben Dank an Bellamis im Discord. Er oder sie hat nämlich etwas ausprobiert und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, was da verschiedene Varianten fürs Inpainting sind. Und zwar, eine werde ich weglassen, ich lade mein Default. Guck mal hier, ist noch das Preview von meinem vorherigen Video. Und zwar die ControlNet Variante. Ich möchte jetzt mal eben nur drei Varianten zeigen, wobei eine relativ neu ist und die fand ich ziemlich gut. So, wir sagen mal AcuteCat. Setzen den Seed mal auf Fixed und gucken mal, was passiert. Falsches Model. So, nochmal. Nochmal. So, da haben wir unsere Katze. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Bei mir dauert das irgendwie im Moment sehr, sehr lange, bis diese Models geladen werden. Ich muss dann nochmal ein bisschen nachrecherchieren, wie ich das schneller machen kann. Aber für euch ist es ja ein kurzer Cut, eventuell ein Plopp. Und die Sache ist durch. So, damit wir Inpainting betreiben können, baue ich hier mal eine Preview Bridge dazwischen. So, klatschen die einmal rein. Sage Open in Mask Editor. Wir wählen einmal die Katze aus. So. Zack. Und ab dem Punkt werden wir jetzt in verschiedene Inpainting Varianten gehen. Die erste ist uns bekannt. Das ist die VAE Encode for Inpainting. Auch hier muss ich einmal das Inpainting Model laden. So, wir sagen jetzt, wir haben hier die Pixels. Wir haben hier die Maske. Wir nehmen hier die VAE. Wir nehmen einen zweiten Sampler. So. Wir schicken das Latent da rein. Wir verbinden das Model. Und ich hätte gerne noch eine VAE Decode Note hier hinten, damit wir uns das Ganze mal angucken können. Und wir lassen es mal laufen. Während das Ding lädt, können wir hier noch einen zweiten Clip Text Encode einbauen. Wir wollen es hier austauschen. Das heißt, ich nehme mal einfach den Clip hier raus. Und schicke dieses Conditioning ins Positive rein. Und hier sagen wir, a cute parrot. Das habe ich schon mal in einem anderen Video so gemacht. Das ist eigentlich ganz gut, um ein bisschen die Vergleiche zu checken. Und da ist das Model auch endlich geladen. Wir kriegen natürlich jetzt wieder eine Katze. Eine andere als vorher. Wir lassen es nochmal durchlaufen. Und jetzt kriegen wir einen Parrot als Kopf. Das ist die Standardvariante mit dem VAE Encode for Inpainting. Es gibt aber auch noch die Variante mit dem Set Latent Noise Mask. Und hier, wir gehen mal runter. Ich sage mal STRG-SHIFT-V. Wir bauen uns hier mal ein zweites Setup auf. Wir nennen das hier oben schon mal. Das ist VAE Inpaint. Das zweite wird sein Latent Noise Mask. Und auch hier haben wir den Cute Parrot angebunden. Wir werden jetzt aber von hier aus ins Latent reingehen. Wir nehmen die Samples, die wir hier vorne aus unserem Basisbild gekriegt haben. Und die Maske, die wir in unserer Preview Bridge haben. Und jetzt schauen wir mal an, was das Ganze macht. Da kommt nämlich diese Geschichte da raus. Und der Unterschied, und das habe ich durch die Diskussion im Discord auch selber erstmal dann gelernt, ist, dass wir, wenn wir ein VAE Encode for Inpainting machen, an der Stelle werden alle Pixel, die hier drunter maskiert sind, werden grau geschaltet. Und wir kriegen eine neue Zeichenfläche, auf die gemalt wird. Bei der Set Latent Noise Mask ist es so, dass im Latent Bereich selber der maskierte Bereich benutzt wird zum Neuzeichnen. Allerdings haben wir nicht wie hier oben eine graue Hintergrundfläche, sondern wir haben die Basisinformationen des Bildes, welches wir hier über das Samples kriegen, noch vorhanden. Und das Ganze gibt uns die Möglichkeit, mit Dinoise zu arbeiten. Das heißt, wir können hier die Dinoise runterdrehen, sagen wir mal 0,6. Wir lassen es neu berechnen. Und wir sehen, dass wir dann hier uns immer weiter näher wieder der Katze nähern. Beziehungsweise, dass die unteren Bildinformationen noch vorhanden sind. So, zwar wird der Bereich neu berechnet hier mit dem Prompt. Allerdings können wir hier das Dinoise runterdrehen. Wenn wir das jetzt mal parallel schalten, Dinoise to Input und auch hier Dinoise to Input, machen uns hier eine Primitive Node. Der Seed ist sowieso fix, den können wir jetzt mal lassen. Aber wir setzen den Dinoise mal drauf. Und wenn wir den jetzt hier für beide Sampler auf 0,5 setzen, dann sehen wir hier, das ist das, was ich meinte, der untere Bereich wird durch graue Pixel ersetzt, während beim Set Latent Noise Mask die untere Information noch vorhanden wird. Und innerhalb dieser Latent Noise Mask nur der Bereich neu berechnet wird, den wir im Latent über die Mask definiert haben. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. So, ich mache nochmal vernünftige Bilder hier. So, seit kurzem neu hinzugekommen ist die Node Conditioning InPaint Model Conditioning. Die habe ich gesucht. Die ist neu. Und auch hierfür können wir uns mal einen neuen Sampler aufmachen. Wir kopieren uns auch die Save Image Node. Was will Alexa jetzt? Ist mir egal. So. Zack, zack. Danke Alexa, jetzt hast du mich rausgebracht. So, hier können wir nämlich sagen, wir möchten einmal den Positive verbinden, wir möchten den Negative verbinden. Dann möchten wir den Positive von hier oben haben. Wir brauchen hier unseren Parrot. Wir möchten den Negative von hier haben. Wir möchten die VAE von hier haben. Wir brauchen noch die Pixels. Die Pixels können wir hier oben aus unserem Mask Preview nehmen. Und wir brauchen die Maske, die können wir natürlich auch von hier nehmen. Und wir müssen das Latent noch in unseren Sampler verbinden. Und wenn wir das einmal laufen lassen, dann kriegen wir dieses Ergebnis. Also wir haben hier auch schon ein InPainting gemacht. Aber diese Node ermöglicht es uns, beides zu machen. Also wir können jetzt nochmal wieder ein 0,5er Denoise einstellen. So. Und der Korrektheit halber ändere ich mal den Title. Das ist nämlich Conditional. Und hier sehen wir, was die Unterschiede sind. Im VAE InPainting wird die Fläche, die wir neu berechnen wollen, komplett ersetzt durch graue Pixel. Und darauf wird er neu gezeichnet. Im Set Latent Noise Mask geben wir eben nur an, okay, innerhalb dieses Bildes berechne diese Fläche neu. Wir haben aber nach wie vor noch die Basisinformationen im Latent darunter liegen. Und mit dem neuen Conditional Setup kriegen wir ziemlich wilde Mixes raus. Und das ist, das ist, finde ich ganz cool. Das eröffnet ziemlich gute Möglichkeiten. Vor allem können wir hier auch hingehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, und das normale Model verwenden. Das machen wir einmal. Auch hiermit kriegen wir ziemlich gute Ergebnisse raus. Und wenn wir jetzt, ich nehme die Denoise hier mal weg, Denoise2Widget, wir können jetzt hier nämlich anfangen und wie wild die Denoise anpassen. Wobei, hier sieht man schon wieder, dass das Inpainting Model anscheinend doch besser ist. Also wenn man komplette Bereiche mit Denoise1 macht, ist das Inpainting Model irgendwie besser. Wenn man ein Denoising auf eine gewisse Stelle machen will, ist es wahrscheinlich mehr oder weniger egal, weil durch die Grund oder darunter liegenden Latent-Informationen wir nach wie vor noch genug Bildinformationen haben, dass auch ein normales Model darauf zeichnen kann. Wenn wir es mal auf 0,3 oder so stellen, dann gehen wir auch immer mehr in Richtung der Katze. 0,1 tut sich, oder 0,01 tut sich so gut wie gar nichts. Aber man kriegt ganz interessante und coole Effekte raus mit einem Inpainting Model und dieser neuen Inpaint Model Conditioning. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man ins Inpainting reingehen möchte. Ich vermute allerdings, dass intern, dadurch, dass wir hier eine VAE eingeben müssen und Pixels eingeben müssen, also ein Bild und am Ende wieder ein Latent rausbekommen, dass es trotzdem eine Mischung auch ist, wie hier oben mit dem VAE Encode for Inpainting. Allerdings ist es, oder es war für mich eine interessante Erfahrung, da mal ein bisschen tiefer nachzugraben, weil es sind halt doch schon komplett unterschiedliche Bereiche, wo man die Anwendungszwecke sieht, Inpainting ersetzen, Latent Noise Mask eigentlich verändern, drüber malen und diese Conditional Node verbindet das beides und man kriegt für alles ziemlich gute Ergebnisse. So, wir sagen jetzt einfach nochmal Just for Fun, wir machen den D-Noise einmal raus, verbinden den wieder nach hier, wir nehmen jetzt auch nochmal den Seed zu Input. So, holen uns den Seed auch hier raus, verbinden den mit allen Samplern, sagen mal Randomize und Value auf 1 und dann gucken wir mal, was wir hier oben rauskriegen, wenn wir ein paar Mal auf Queeprompt drücken, kommen ganz interessante Ergebnisse bei raus. Also, das wollte ich einmal weitergeben, ich fand es für mich persönlich sehr interessant, vor allem mit dieser neuen Node hier, ich glaube sie ist neu, als ich das letzte Mal geguckt hatte, war der Commit vor 4 Tagen, jetzt müsste es vor 6 Tagen oder so gewesen sein, finde ich eine ganz interessante Methode zum Inpainten, vor allem, weil man dann auch hier hingehen kann und wie gesagt, einfach mal 0,5 als D-Noise eingeben könnte und Set Latent Noise Mask, wir bleiben sehr nah an der Katze dran, VAE Inpaint funktioniert mit einem D-Noise überhaupt nicht, man sieht immer wieder die grauen Pixel durchscheinen und mit der Conditional Node kriegt man ziemlich coole Mix-Ups aus allen Geschichten, also wir haben hier noch irgendwie die Katze, aber auch irgendwie den Parrot, deswegen ist es doch eine Erwähnung wert, dass hier diese Technik hinzugekommen ist. So, wenn ihr möchtet, kann ich diesen Workflow hochladen, das mache ich sehr gerne und dann könnt ihr selber ein bisschen damit rumspielen, jetzt wisst ihr zumindest, dass ihr noch eine, kann ich sagen, dritte Alternative habt zum Inpainten, eigentlich ist es ja die vierte, die ich kenne, es gibt halt noch das Control-Net, das habe ich jetzt nicht hier mit reingenommen, aber auf jeden Fall Inpaint Model Conditioning ist neu, vielen lieben Dank für den Hinweis dafür und für den Gedankengang und das Recherchieren, was ich dann im Anschluss gemacht habe, um mal zu gucken, wie sich die Nodes an sich verhalten. Ja, viel Spaß beim Inpainten wünsche ich euch, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dann, macht's gut und tschüss!